Seid gegrüßt zu einem neuen Let's Play mit eurem Björn. Heute spiele ich ein Spiel, das ich noch gar nicht gespielt habe. Der einzige Grund, warum ich es spiele, ist, weil es zur Zeit der Aufnahme für Playstation Plus Mitglieder kostenlos im Store ist. Und zwar ist es für die Playstation 4 und heißt, wie ihr sehen könnt, Stories the Path of Destinies. Und ja, ich lege mal direkt los. Ich drücke mal X. Ich hoffe, dass, dass wir kein ätzend langes Tutorial bekommen. Renato. Renato. Wir haben direkt in die Geschichte geworfen. Ich muss sagen, das Spiel, ich habe mir davon noch nicht so viel vorher angeguckt. Ich gucke mir dann immer nur die Videos im Store dazu an. Und von den Spielen, die es diesen Monat kostenlos gibt, war das für mich am attraktivsten. Mal schauen, ob es nachher wirklich so ist. Ich habe mir die anderen auch mal runtergeladen. Vielleicht mache ich da auch noch ein paar Videos zu. Mal gucken. Aber ich wollte jetzt damit erstmal anfangen. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Action-Adventure. Aus der isometrischen Perspektive zu sein. Mit einem recht coolen Kampfsystem. Zumindest sah es in dem Video so aus. Ladezeiten gefallen mir schon mal nicht. Boah. Das kommt schon. Leg los. Ah. Ah. Okay, wir sind wohl anscheinend der Fuchs mit der Augenklappe. Renato. So, das bin ich. Kann ich mich bewegen. Nichts passiert nix. Aha. Fähig ist schon mal. Schlagen. Nehmen wir mal los. So ein bisschen Zell-Shading-Optik habe ich den Eindruck. Die zwei Ravens waren auf den Kind, wie er ihr Essen war. Was wahrscheinlich war, was in ihren kleinen Händen war. Renato sagte. Sie haben ihre Hände auf den Kopf. Fähig auf jemanden, als du. Warte. Das kam nicht richtig. Für den Emperor! Ah. Das ist klar. Fähig zum Angreifen. Ja, das habe ich schon rausgefunden. Warum blitzt mein Schwerzug? Achso, weil ich das über den Boden schleife. Das war nur ein Stick. Okay, er visiert automatisch die Ziel. Ach, verstehe ich ja nicht. Aber grob, wie sieht er jetzt automatisch an? Ich muss nur den Stick grob in die Richtung drücken. Okay, in die Richtung und vier Eck zum Kontern. Versuchen wir das mal. Greif mich mal an. Nein. Ha! Kontert. So, haben wir direkt zum Konter angefangen. Oh, das habe ich nicht gesehen. Zack, zack. Das ist natürlich cool mit so einem Konter-System. Zack, zack. So, weiter geht's. Oh, ein Landungsschiff. Wirft aber keine Gegner ab. Mit Fähig zum Greifen. Dann zum Zielen und zum Loslassen. Okay. Und tschüss. Wie? Oh, genau. Die Garten der Helden. Jemandesidea von Schrauben. Die Schrauben der Schrauben machte die Schrauben eine Garten-Kommunität. Du brauchst eine Helden-Sword, um ihn zu öffnen. Und der Kind war auf der anderen Seite des Garten. Wer hat dich durchgebracht? Ich versuchte mir, dass du das Buch zu den Rebellen gehst. Oder? Ich werde dein Schrauben holen. Und ich werde nicht das verdammte Buch von irgendwoher nehmen. Und auch du. Versuch mich! Schraubt der Kind. Ich versuchte, dass du nicht sogar einen Helden-Sword hast. Und mit dem? Der Kind fußt weg. Du hattest es dem Kind. Ein Idiot. Er hatte Garten. Wo war Renata? Er hätte sich eine Helden-Sword bekommen. Oder... ... und... ... Wind-Extrakt? Das klingt schlecht, oder? Ich werde eine Werkbank brauchen. Und da ist eine Werkbank. Perfekt. So eine Art Crafting-System gibt es dann hier. Schwert. Kann ich mein Schwert verbessern? Okay. Dann werde ich jetzt wohl so ein Heldenschwert mir zusammenbasteln. Mhm. Aufrüsten. Gut. Hat das jetzt wohl irgendwelche Fähigkeiten? Duwelen. Wir kommen später zu. Aha. Sieht schon mal anders aus. Hauht sich aber ähnlich. Hier kann man gar nichts kaputt machen. Na gut. Dann komme ich jetzt wahrscheinlich durch die Tür. Das ist was er hat, für sich zu zerstören und zu finden, die Menschen zu zerstören. Die Kinder haben sich immer schmerzt. Und sie lief an die Schmerzen. Und sie lief an den Schmerzen. Und sie haben einen gewonnen. Und die Rävene kamen, um ihn zu verbraten. Sie hat ihm eine Worte, um den Kinder zu verbrechen. Aber sie hat ihm nie erzählt, wo das Buch war. Nur der Kinder. Es ist blöd, dass man die Kamera wirklich gar nicht beeinflussen kann. Aber egal. Hier hatte ich noch eine Brücke, nicht wahr? Und da war Peter. Er riecht an ihm. Wie kamst du durch? Er fragte die Kinder. Wo hast du einen Haken gefunden? Ich habe die Kinder. Er sagte die Kinder. Ein wunderschönes Kinder. Hey, schau dich nach hinten! Ach, ich habe den Knopf noch nicht gefunden. Ah, die Rävene. Jetzt dürfte das auch kein großes Problem sein eigentlich. Aber ich kann nicht springen. Es war Zeit, dass Sotthams Sense in den Kinder. Huck seinen Weg über die Räume und schießt den Kinder runter. Die Sache war, dass er seinen Haken nicht benutzt hat, seitdem er zu verbrechen ist. Jetzt habe ich einen Haken. Oder was? Vielleicht, wenn er meditiert hat, auf dem Altar da, er erinnert seine alte Fähigkeiten. Das ergibt Sinn. Aha. Alles klar. Talentbaum. Fähigkeiten. Vier Fähigkeitsstufe. Je mehr Wahrheit du auftagst, desto mehr Stufen schaltest du frei. Okay. Fähigkeiten-Info. Ja, okay. Ich kann einen Fähigkeiten-Punkt ausgeben. Dann muss ich mir jetzt diesen Haken, sonst komme ich da eh nicht rüber. Zack, Dreik zu nutzen. Dann kannst du dich am Pfosten anhaken und überrücken. Zum Anhaken am Pfosten, Dreik. Oder ziehe Gegner zu dir. Okay. Gute Sache. Je mehr er käme, je mehr er käme, je mehr erinnern sie wahrscheinlich. Das Stürzen. Drücke, Fähigkeiten, Nächste benutzen. Dann ist ja wahrscheinlich so ein Dash nach vorne. Kombo. Zeit. Kann ich Zeit verlangsamen oder sowas? Und Kampf. Steigert wahrscheinlich nur meinen Angriff. Statistiken. Ne, Statiken. Aha. Statistiken. Steigere deine maximale Gesundheit. Laufe schneller. Naja, das kommt alles noch. Jetzt haben wir erstmal den Hook. Zack. Alles klar. Oh, das ist so eine Überraschung. Jetzt musst du ihn mehrmals einnetzen. Mit dem ich jetzt nicht berechnen kann. Gut, haben wir das auch gemeistert. Sie war das schnellste Schiff, das er jemals wusste. Sie konnte den Kessel in zwölf Furlongs machen. Oh. So, der Zwerger hat ihm gesagt. Und etwas hat ihm gesagt, dass der Kind in ein Ambust. Stopp! Er schreit. Ich gebe dir nicht das Buch. Er schreit. Er schreit. Er schreit. Er schreit. Nein! Peter! Nein! Der Kind ran für ihn. Und ein Gugler. Er schreit ihn mit seinen Eid. Oh. Oh. Oh, das ist ein Name Junge? Oh. 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 Ist der Junge zu Asche geworden. Tja, Abflug. Genau, aber was steht in dem Buch? Das ist ja auch nicht so besonders. All das war Jahre vor. Wie viele? Die Krieg war ein Blur. Und jetzt haben sie drei Raven-Scout-Scheiben ihn. Wo stehst du, Webel? Mhm. Wurde die Raven-Scout-Scheiben. Renato konnte sie sehen, sie zu einem Katapulten. Nur zu gehen, um zu Brünen? Renato zu schiefen. Wo kannst du gehen? Die Raven-Scout-Scheiben schief. Den Weg hinter ihm, eine andere Stadt zu füren. Die Schmuck schmerzende Flamme über ihre Landschaft waren. Die Flamme hatte ein sehr starkes Geschäft. Geh uns zu der Rebel-Base und wir werden deine Leben verdient. schon sehr lustig aus cool inszeniert was ist das was ist das das legendäre Wepon der die die gebliebenen Gottes sicherlich könnte eine legendäre Wepon die die letzte Beppe gewinnen oder die andere sein alter Freund Lupino hat Renato eine schreckliche Message gesagt dass er eine großartige Scheme hat um die Rebellion zu retten Wenn Renato ihn nur abschütteln konnte... Renato schlug den Farfarer nach dem Abiss, als er das Heut des Jetstreams fühlte. Die Raven-Schippe schlug aus, nicht stabil genug, um ihn nach unten zu folgen. Jetzt war es Zeit, zu wählen. Lapino oder der Skyripper. Hm. Ja. Legen Sie Ihre Waffe. Ich rufe vor allem einen Freund. Verzeugert ihn. Vielleicht würde er mir später noch mehr nützen, als die Waffe. Lapino gab es immer aus Problemen, wegen Zeit. Aber er war aus dem Zeitpunkt. Die Ravens haben herausgefunden, dass Lapino ein Rebels-Spie. Wenn die Fläche ihn zuerst erreicht haben, würden sie ihn umsetzen würden. Keine Ahnung, das Waffe. Ha. Na gut. Lapino, halte durch. Ich komme, nachdem wahrscheinlich die ewig lange Ladezeit mal fertig ist. Ja, gefällt mir schon ganz gut so am Anfang. Natürlich, klar, muss man sich erst durch dieses Tutorial beißen und die Anfangsphase der Geschichte. Da kriegt man viel Input. Aber ich denke mal, wenn das erstmal läuft. Mit dem Schmieden der Waffen und dem Talentbaum. Wirkt schon ganz cool. Lapino hat wahrscheinlich geschafft, den Juden zu verabschieden, indem er überrascht, dass er nicht wirklich ein reinges Waffe hat. Er hat es nur verkauft. Aber... Warte. Wo war die Präzion? Guck mal, hier kann ich schon wieder neu schmieden. Jetzt sind die Juwelen hier. Ja. Warte mal. Freigeschaltet. Hier kannst du mächtige Juwelen ausrüsten, die sowohl deinen Angriff als auch deine Verteidigungsfähigkeit verbessern. Dein Handschuh hat drei Taschen, in denen du deine Juwelen stecken kannst. Wähle eine davon, um deine Juwelen zu sehen. Zack. Ich habe keine Juwelen. Ja. Ja. Okay. Ich muss erstmal was finden. Und mit der Waffe kann ich auch noch nichts Neues machen, weil ich ja noch nichts Neues gefunden habe. Ich brauche Erz. Schöne Musik. Das ist doch eine Truhe. Erz. 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 30 Stück? Ne, 6. Ich brauche 30. Ist das ein Teleporter? Ja. Ja. Plattform. Wuii. Ja. Da baut einer Karotten auf dem Dach an. Und da hinten noch irgendwas kann ich nicht erkennen was das Dach da ist. Ja wieso fliege ich denn jetzt über das ganze Alter? Muss ich nicht gegen die Kämpfe da unten? Die Juwelen haben die Stadt genommen. Und ich habe die Stadt gesehen, wie das hier. Ne. Hat nicht. Wieso fliege ich denn über das ganze Level? So. Hier ist ein Station. Hier kann man es kaputt zuhauen. Zehn Gesundheit und Erz. Jawoll. Jetzt beginnt das Looten. Jetzt das hier. Nichts anfangen. Geh ich hier rein? Nein. So. Wo geh ich lang? Geh ich hier lang? Altar benutzen. Was soll man das nochmal machen? Ach so ja. Okay. Ich habe aber keinen Fertigkeitspunkt. Du 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 du. Hier ist eine Truhe. Und hier geht es nicht weiter. Ach so hier muss ich dann. Doch mit dem Schwert. Ich möchte rein. Komm schreien. Komm schreien. Okay. Jetzt geht's los. Oh. Und hier geht's los. Der hat mich dazu da mal. Der hat mich dazu da mal gemacht. Die Räuven sind überall aufgerufen. Der Erwärtsgericht, er hätte besser gehen können. Ich habe das Gefühl, ich hätte am Anfang in die andere Richtung genommen sollen, dass man die ganzen Raben da platt machen muss, dass jeder auf dem Friedhof war oder was das war. Ich habe das Gefühl, hier geht es schon weiter. Ich weiß, dass ich da irgendwas wichtiges habe liegen lassen. Das ist ein furchtbares Gefühl. Ich will jetzt aber nicht wieder zurückrennen. Da ist eine Truhe. Zack, 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 zack. 17 insgesamt. Das ist noch ein alter... Könnte ich jetzt level up mäßig hier was machen. Fertigkeitspunkt stürzen. Mal endlich das mal. Fertigkeit kaufen. Zack, stürzen, verbraucht Ausdauer. Okay. Boah, jawohl. Oh, jawohl, das gefällt mir. Ja, wo bin ich, wo bin ich. Zack, hier bin ich. Ach, ich habe Brut. Ja, ich habe Brut. Ja, aber ich muss noch ein bisschen üben. Ich komme noch nicht so richtig auf das Kampfsystem klar. So, jetzt ist der Weg hinter mir zu. Jetzt komme ich auch gar nicht mehr zurück. Also wenn da irgendwas gelegen hat, dann komme ich da nie wieder dran. Grenada fühlte sich ein entschuldiger Rundown auf der Rückseite. Oder vielleicht ein Fluss. So, jetzt bin ich auf dem Friedhof. Level Up hatte ich noch nicht. Da ist eine verschlossene Tür. Falsches Schwert. Tja, wenn mein Schwert als Schlüssel dient, dann hoffe ich, dass ich da nicht jedes Mal bei einer Tür umschmieden muss. Jetzt hat Renada noch mehr als er hatte. Aber über was? Ich habe da ein bisschen Gesundheit gebraucht. Ja, und das Erz natürlich auch. Das Erz nehmen wir gerne. Aber auch gerne Gesundheit. Ach, wer sitzt denn hier? Interagieren. Dirty and bloody. Renato hat endlich zufrieden. Ah, Lapino ist das, den ich suche. Der Rundown war praktisch in seinem Schufel. Renato hat die Karten gekannt. Es war Lapino's Lieblatt. Oh, ich dachte, du warst in Gefahr. Ich bin. Die Räven sind gekommen. Oder die Präsenzelle. Genau, ich habe gesehen, dass die Garten mir 53 Dukkets verdient. Also haben wir einen Deal gemacht. Sie sind sehr unreaktig Leute, eigentlich, für Wiesel. Jetzt, ich habe einen brillanten Plan, um die Zenobia zu entdecken. Wir haben Zenobia. Wir finden, was sie weiß. Und das ist die ganze Tür, genau da. Easy peasy Lemon-Squeeze. Ich muss mich schon wieder entscheiden. Und, oh, seine einzige Daughter. Das wäre wert. Auf der anderen Seite. Er könnte immer noch zu dem Karten des Skyripper. Selbst wenn er das ganze Ding nicht nicht bekommen konnte. Es muss große Macht haben. Ich denke, mit dieser Entscheidung warte ich noch bis zum nächsten Video, falls ich eins mache. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Dann mache ich gerne noch ein Video. Ansonsten, schau doch gerne bei den anderen Videos vorbei und abonniert uns. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.